Wir sind heute hier, weil wir uns sorgen um die Zukunft unserer Gymnasien in Schwerter machen können. Und zwar deswegen, weil es einen Ratsbeschluss der Stadt Schwerter gibt, oder der Stadtrat, gibt, dass die Gymnasien in Zukunft nur noch fünfzügig sein sollen. Das bedeutet, ein Gymnasium muss zweizügig werden, und das sehen wir als Existenzbedrohung für mindestens eins von den beiden Gymnasien. Deswegen sind wir heute hier, um zu erreichen, dass wir mindestens den Zustand erhalten, den wir jetzt haben. Das heißt, wir wollen beide Gymnasien erhalten, und zwar mit einer lebensfähigen Knotusbildung. Darum geht es eigentlich. Es wird es weitere Aktionen geben. Es soll auch noch weitere Aktionen geben, um auf uns aufmerksam zu machen, um eben auch unsere Anliegen noch mal etwas präsenter zu machen. Das heißt, wir dürfen jetzt hier, dass wir jetzt hier auch noch auf uns auf uns auf uns aufhören. Und dann ist es, die Norte die Nummer 14ig begramm, um auf uns 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 auf ein Wälder. Untertitelung des ZDF, 2020